Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie versprochen widmen wir uns heute der nagelneuen Nude Drop Tinted Serum Foundation von Catrice, die jetzt im neuen Sortiment exklusiv mit dazu gekommen ist. Und ihr wisst es, mein Make-up hat sich geändert und wir werden heute nochmal ganz explizit über dieses Schätzchen sprechen. Wir werden sie über den Tag verteilt tragen. Ich werde euch zeigen, wie ich sie vermutlich benutze und zeige euch auch drei Farben, die ich hier habe. Aber deswegen würde ich vorschlagen, verlieren wir gar keine Zeit und hüpfen direkt ins Video. Falls ihr das Video von Montag verpasst haben solltet, schaut es euch unbedingt an. Denn dort zeige ich euch alle neuen Produkte aus dem Catrice Sortiments Update. Und diesmal ist der Fokus wirklich schon so Richtung High End, ich will nicht sagen Dupes, aber Gegenspieler zu teuren Produkten. Und die Tinted Serum Foundation hat es mir tatsächlich mit am meisten angetan. Nein, ich glaube, dass das etwas ist, was am Zahn der Zeit ist. Also das Make-up hat sich ja verändert. Ihr wisst, ich liebe im Moment Serum Foundations, sehr wässrige Foundations, sehr leichte Foundations. Und deswegen glaube ich, ist das eine gute Sache. Erhältlich wird die Foundation in 16 Farben sein. Ich habe nur drei hier. Ich habe nicht alle bekommen, finde ich auch gar nicht schlecht. Ist aber kein bezahltes Video. Also das auf meinem Kanal ist kein bezahltes Video. Ich habe die Produkte für eine andere Kooperation auf dem Catrice Kanal bekommen. Da habe ich euch aber nicht die Foundation vorgestellt, sondern ein anderes Produkt. Also nur, dass wir da einmal drüber gesprochen haben. Ich würde vorschlagen, wir starten einfach direkt mit der ersten Farbe. Bevor wir das aber tun, abonniert unbedingt den Kanal und lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Denn ich zeige euch alle neuen Produkte, die es in der Drogerie gibt und spare euch so eine Menge Geld. Denn ihr kauft nur die Produkte, die wirklich funktionieren. Ich habe euch noch ein Stückchen näher geholt und habe hier drei Farben. Ich habe hier die hellste. Das ist 001. Es gibt sie auch in verschiedenen Untertönen. Warm, neutral und cool, glaube ich. Ja, ich habe Tatsache... Ne, ich habe einmal cool und neutral hier. Ich habe ein bisschen Farbe noch an den Fingern. Ich renoviere gerade. Ich möchte jetzt aber als erstes euch die Farben zeigen. Das ist, ich glaube, die hellste Farbe. Die ist sehr, sehr hell. Dann habe ich noch die 30 und ich habe die 40N. Ja, da sieht man wirklich auch den Unterschied der Untertöner. Ich glaube, Tatsache, dass ich mit der 30 arbeiten werde. Die ist nämlich so ein bisschen rötlicher. Die andere ist mir ein bisschen zu gelb. Aber so habt ihr schon mal einen leichten Farbverlauf. Dazwischen gibt es noch was und es geht natürlich auch noch viel, 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 viel dunkler. Wir haben wirklich sehr, sehr dunkle Shades. Ich blende euch mal hier einen Ausschnitt ein von Farben, die ich geswatcht bekommen habe und finde das eine gute Sache. Die Foundation deckt wie eine Foundation ab, fühlt sich aber an wie ein Serum. Eine leichte, atmungsaktive Formulierung mit aufbaubarer, leichter bis mittlerer Deckkraft. Flexibel auf der Haut für ein langanhaltendes, hautähnliches Ergebnis. Glättet und zeichnet unebenheitenweich. Verträglichkeit an sensibler Haut, hautärztlich beschädigt. Gut schütteln. Ganz, ganz wichtig. Also bei diesen leichten Foundations wirklich immer schütteln. Hier ist auch Hyaluronsäure und Vitamin E mit drin. Und das Ganze, und das ist wichtig, dass wir da immer drüber gesprochen haben, auch dass ich es mir nochmal bewusst mache, wir erwarten nicht, dass das wie eine Foundation performt. Also mit Foundation meine ich jetzt beispielsweise, die steht jetzt hier gerade rum, die Make-Up by Mario Foundation. Die soll lange, lange halten, die soll gut abdecken, die soll das Hautbild ebenmäßiger machen. Hier möchte ich diese leichte Pflege. Und ich kann mir vorstellen, das ist meine Hoffnung, ich habe hier diese Sensai Luminous Sheer Foundation. Die mag ich total gerne. Ist meine absolute liebste Serum Foundation auf Wasserbasis. Dass das vielleicht eine günstige Alternative ist. Und ich würde vorschlagen, wir haben genug gequatscht. Let's go. Also, wir haben das Ganze in der Glasflasche mit einer Pipette. Hier sind 30 Milliliter drin. Und das ist eine Standardgröße. Was mir auffällt ist, wenn ich mir die Farben in der Flasche anschaue, sehe ich nicht direkt einen krassen Farbunterschied. Oft ist es so, dass man schon anhand der Verpackung sehen kann, dass die Farben ein bisschen heller sind. Ich vermute, dass es hierzu wirklich auch Tester geben wird in der Druckerie, ganz klar. Also testet sie. Und dazu auch ein kleiner Tipp. Lasst es wirklich ein paar Minuten auf eurer Haut drauf, dass, falls sie oxidiert bei euch, ihr wirklich auch die richtige Farbe habt. Ich nehme jetzt erstmal eine kleine, kleine Menge auf meinen Handrücken und lasse das hier drauf. Bei diesen flüssigen Foundations ist es immer wichtig, dass sie auch schön warm werden. Und ich nehme mir dafür einen Foundation Brush. Das ist jetzt der Letizia Limac N15 Brush. Und ich arbeite mir das Produkt erstmal in die Hand ein. Und ihr seht, es passt farblich Tatsache ganz gut. Und dann starten wir in einer ganz, 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 ganz dünnen Schicht. Denn, das hatte ich ja eben schon gesagt, ich probiere die Foundation so zu nutzen, wie es gedacht ist. Und üblicherweise würde ich jetzt mit einem Schwamm reingehen und zack, zack, zack und rauf, rauf, rauf. Aber das Problem ist dann, dass der Schwamm erstmal eine Menge aufsaugt, der Pinsel nimmt weniger Produkt auf und ihr könnt es gleichmäßiger verteilen und seht sofort, wo Deckkraft noch fehlt und wo nicht. Ich bin gerade sehr überrascht, dass es eine farbliche Perfektion bei mir ist. Und ich probiere wirklich an den Stellen lang zu gehen, wo ich ein bisschen Ausgleich haben möchte. Beispielsweise hier unter den Augen nehme ich jetzt noch nicht so viel, aber nur eine ganz, ganz dünne Schicht und ich sehe sofort einen Wahnsinnsunterschied. Obwohl ich kaum Produkt benutzt habe. Wow! Ich habe sie mir wesentlich glowiger vorgestellt. Was ich jetzt per se aber gar nicht schlecht finde, dass sie jetzt nicht so richtig, richtig rutschig ist. So ist sie vermutlich sogar noch ein bisschen länger haltbar. Das ist natürlich auch immer etwas, wenn man eine Foundation hat, die sehr, sehr glowy ist, dann halten die einfach nicht so lange. Oh mein Gott! Unabhängig davon, dass das wirklich das perfekte, perfekte Match ist, 30C. Du siehst nicht, dass ich was drauf habe. Ich gehe jetzt mit dem Schwamm und arbeite mir alles nochmal ganz, ganz leicht ein, wobei ich das eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Die Foundation bzw. das Serum hat wirklich gar keine Streifen hinterlassen. Und das sieht super natürlich aus. Sie ist semi-matt. Das ist, also sie ist nicht matt, aber sie ist auch nicht glowy. Das ist so ein skin-like Finish. Und ich glaube, auf der Nase könnt ihr es ganz gut sehen, wie unruhig die Haut hier aussieht. Und hier ist sie so perfektioniert, aber du siehst noch, dass es Haut ist. Wir machen das Ganze nochmal. Schaut euch das einmal hier an der Nase an. What is this? Sie hat definitiv mehr Deckkraft, als ich gedacht habe. Aber schaut mal, ich muss ja nur hier so ganz leicht rüber gehen und habe alles gleich ausgeglichen. Oh krass. Freunde, wenn das hält und die nächsten Stunden gut aussieht, haben wir einen neuen Favoriten. Ich fühle es, glaube ich. Sie könnte für mich noch ein Stückchen glowiger sein. Ich mag das ja sehr gerne. So ist das aber ein Finish. Ich könnte jetzt so rausgehen. Ich müsste nichts mehr dazu machen, weil das ist das Schöne an diesen Skin Light Foundations. Wenn, und das ist natürlich die Bedingung, wenn man eine recht ruhige Haut hat. Also wenn man nicht sehr, sehr starke Rötungen hat oder sehr, sehr unruhige Haut hat, dann ist so eine Serum Foundation erstmal eher nichts. Es sei denn, du machst Spot Concealing mit einem deckenden Concealer an den Stellen, die du abgedeckt haben möchtest. Meine Haut ist im Moment aber wieder, Gott sei Dank, nach Weihnachten war es ja katastrophal für meine Verhältnisse, sehr entspannt. Und so gleicht es die Haut. Perfekt aus. Wie schön sieht das aus? Jetzt seht ihr es auch nochmal so ein bisschen auf die Entfernung. Ich kann jetzt auch punktuell nochmal mit dem Schwamm, äh mit dem Pinsel, einfach an die Stellen gehen, die ich noch ein bisschen perfektioniert haben möchte. Auch hier an den Hals. Und farblich ist das, glaube ich, eine der bestpassendsten Foundations, die ich habe. Und das ist halt der Vorteil, ne, bei diesen leichten Foundations. Ihr seht das auf der Hand auch kaum. Es hat sich sehr, sehr gut einblenden lassen. Hier gehe ich nochmal so ein bisschen in den Haaransatz, an die Ohren. Wow! Ihr liebt die Close-Ups, deswegen hole ich euch nochmal ganz nah ran. Also man sieht die Porenstruktur meiner Haut. Sie ist tatsache semi-matt. Also sie sieht auf der Haut recht mattiert aus. Ich drehe nochmal das Licht kurz weg, dann könnt ihr nochmal ein bisschen mehr sehen. Das sieht aus wie Haut. Hier seht ihr noch so eine kleine Unebenheit. Gehe hier nochmal ein bisschen rüber. Das ist wahnsinnig schön. Wir machen mal weiter. Ich würde jetzt einfach mein reguläres Make-Up weitermachen. Nur ein bisschen leichter. Ich benutze dafür, benutze mal den Kaya Bronzer. Und den tupfe ich mir hier nur so ganz leicht drauf. Ich hatte es euch neulich, letzte Woche gezeigt, dass ich so ein bisschen probiere, leichtere Make-Ups zu machen. Weil ich meine Haut einfach im Moment so ein bisschen zelebrieren möchte. Und dieses natürliche ganz gerne mag. Und ich probiere jetzt auch erstmal komplett auf Puder zu verzichten, dass ihr das seht, wie es aussieht auf meiner Haut, ohne abgepudert zu sein. Ich finde, das ist so etwas, da traue ich mich persönlich noch nicht ran. Weil ich bin halt so eine Maus. Ich möchte nicht im Laufe des Tages abpudern. Sondern ich will einmal mein Make-Up fertig machen und mir dann keine Gesanken mehr darüber machen. Dadurch, dass ich aber so wenig Produkt jetzt benutzt habe, ist die Haut natürlich auch viel besser in der Lage zu atmen und mit dem Produkt zu reagieren. Und ihr seht es auch. Und auch generell, wenn ihr Puder benutzen wollt, gebt den Produkten wirklich, wirklich Zeit auf eure Haut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich nehme jetzt hier noch einen Cream Blush, der hier gerade rumfliegt. Das ist jetzt hier einer von L. Hier so ein bisschen hin. Sieht aus, als hätte ich nichts im Gesicht, oder? Also klar, jetzt mit dem Blush. Ein bisschen Concealer. Haben wir gerade einfach einen neuen Game Changer in der Drogerie entdeckt? Ich bin schock. Ich weiß nicht. Ich hoffe, gebt mir bitte Feedback in den Kommentaren, ob das so krass in der Kamera rüberkommt, wie ich es gerade in echt sehe. Es sieht auf der Haut, also klar, es ist alles so perfektioniert, dass man sieht, dass man Make-Up im Gesicht hat. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Dafür trage ich Make-Up. So, girl, ich zahle 8 Euro für eine Foundation. Ich möchte, dass du siehst, dass ich 8 Euro für eine Foundation ausgegeben habe. Aber ich will halt, dass du es nicht siehst. Nur denkst und ahnst. Macht nicht so viel Sinn. Aber ich glaube, ihr könnt mir folgen. Das sieht sehr natürlich aus, sehr, sehr frisch. Ich werde es jetzt mal punktuell ein bisschen fixieren und dann starten wir einfach in den Tag. Ich habe jetzt gerade nichts dran auszusetzen, nichts zu bemängeln, außer, dass sie für mich sogar noch ein Stückchen glowiger sein könnte. Aber dadurch, dass sie halt nicht so glowy ist, wird sie definitiv besser auf meiner Haut halten. In der T-Zone werde ich ein bisschen abpudern um die Nase und unter den Augen natürlich. Und dann zeige ich euch gleich nochmal das finalisierte Ergebnis. Und das ist das fertige Ergebnis ohne Setting-Spray. Ich habe ein bisschen Bronzer noch genommen, ein bisschen Blush, Mascara, Augenbrauen gemacht. Und muss sagen, das ist das, was mich am meisten ärgert, dass ich es früher nicht so gemacht habe. Es ist ja trotzdem ein wunderschönes Ergebnis, ohne dass ich so full, full Coverage gemacht habe. Und ich finde, dadurch, dass ich das so gemacht habe, wenn wir uns dieses Bild einmal anschauen, das hat mir eine Zuschauerin geschickt vor ein paar Tagen, das ist schon eine krasse Veränderung zu damals. Und das Ganze sieht erwachsener und natürlicher aus. Und ich fühle mich schöner als damals, als ich diese Full Coverage Foundation benutzt habe. Und muss sagen, First Impression, sehr, sehr gut. Wir starten jetzt in den Tag. Es ist 8.14 Uhr. Was steht heute an? Weitermalen. Ich werde den Flur renovieren hier, beziehungsweise den Treppenaufgang. Und muss ein paar Pakete packen. Ich muss einkaufen gehen, kochen, essen, im Haus. So klassische Arbeiten außerrenovieren, die wir alle so im Alltag haben. Und dann melde ich mich nachher nochmal, süßenweise. Bis gleich. Okay. Es ist mittlerweile, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, 14.30 Uhr. Ich habe das Schätzchen schon eine ganze Beine im Gesicht. Ich muss mal kurz die Kamera aufnehmen. So. Wow. Ich habe Essen gemacht. Ich renoviere gerade den kompletten Flur. Ich bin komplett eingesaut überall. Aber die Foundation sieht so wunderschön aus. Und so habt ihr jetzt auch nochmal hier ein bisschen Tageslicht. Klar, hier so um die Nase ein bisschen. Aber overall, super natürlich. Farbe perfekt. Und jetzt sieht sie so aus, wie ich mir die Make-up bei Mario Foundation gewünscht habe. Die ja wirklich langanhaltend sein sollte. Die wirklich Full Coverage und diesen zarten Glow haben sollte. Das sind jetzt meine natürlichen Öle, die durchgekommen sind. Die sich sehr, sehr gut miteinander verbunden haben. Und das Ganze fühlt sich... Also, hätte ich nicht gewusst, dass ich mir was aufgetragen hätte an Foundation, wüsste ich nicht, dass ich Foundation drauf habe. Also, first impression nach... Wann habe ich angefangen? Um 8, glaube ich? Schon eine Weile her, ne? Freunde, es ist 18.40 Uhr. Ich bin fix und fertig. Ihr seht es, glaube ich, an meinen Händen, an meinen Klamotten. Ich bin überall schmallig und schmuddelig. Ich habe heute den ganzen Tag den Flur renoviert. Ich war am Baumarkt. Ich habe Essen gemacht. Ich war einkaufen. Ich habe die Foundation oder dieses Serum bis zum letzten Millimeter getestet. Und wenn eine Foundation nach 12 Stunden oder nach 10 Stunden so gut noch aussieht... Wir brauchen jetzt nicht mehr darüber reden, dass das Make-up ein hübsches Make-up mehr ist. Mein Concealer hat völlig versagt. Irgendwann auch hier um die Nase ist es irgendwann jetzt auch mal aufgecrackt. Aber im allgemeinen Bild sieht das Ganze wirklich fantastisch aus. Vor allen Dingen die geraden Flächen wie die Stirn oder die Wangen sehen sehr, sehr schön aus. Tatsache sieht man noch den Blush. Man sieht noch den Bronzer. Das ganze Make-up sieht noch zusammengefügt aus. Und hat sich... Also oft ist es so, dass Make-up dann irgendwann so ganz komisch verrutscht. Wir hatten es gerade erst bei der Mario Foundation. Die sieht immer noch wirklich toll aus. Und das ist glaube ich auch etwas, was mich wirklich gerade so ein bisschen beeindruckt. Für den Preis, für die Art und Weise von Produkt, die ich so ja... Ich habe da ja auch noch nicht so viel Erfahrung. Ich habe vielleicht zwei, drei Tinted Serum Foundations, die mich aber nie den ganzen Tag irgendwie hübsch fühlen ließen. Das ist nahezu perfekt. Mir fällt jetzt glaube ich gerade auch so spontan kein wirklicher Kritikpunkt ein. Außer vielleicht, dass sie ein bisschen glowiger hätte sein können. Der Preis ist gut. Die Shade Range ist sehr, sehr gut. Der Preis ist gut. Die Inhaltsstoffe bzw. die pflegenden Inhaltsstoffe klingen für mich auch spannend. Es ist made in Italy. Es ist ein schönes Ergebnis. Ich glaube, meine Freude kommt gerade nicht so rüber, weil ich wirklich fertig bin. Aber zusammengefasst, lauft nicht. Rennt, wenn das euer Vibe ist. Das ist eine, es tut mir leid, geile Foundation. Boom. So, jetzt habe ich es gesagt. Ihr habt es gesehen. Ihr habt es den ganzen Tag über gesehen. Selbst im Tageslicht sah die toll aus. Sie hat weich gezeichnet. Die sah frisch aus. Ich will nichts mehr darüber sagen, Freunde. Außer vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Die Foundation sollte entweder jetzt schon in der Drogerie sein. Oder ihr findet sie dann auch definitiv bei euch in der Drogerie in den nächsten Tagen oder Wochen. Also schaut da unbedingt vorbei, falls euch das interessiert. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Ihr süßen Mäuse. Passt auf euch auf. Fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.